So Freunde, jetzt die roten Corsa von FIRE EVENT. Sehen schön aus, die Teile. Mhh, lecker, lecker, lecker. Mal so ein wildes Skipper da machen. Eieieiei. Die größer, oder? Warte, ich mach mal ein kleines. Ich will mal hier ein bisschen, wo unten noch nicht so viel Funke Böller liegen. Alter, ich bin voll liefst. Boah, WTF, der hat mich voll abgeschossen. Ja. Ja, den hab ich noch. Wenn das Feuer gehen würde. Unglaublich. Und hier liegt noch ein einzelner, den zünden wir jetzt auch nochmal weg. Ja, die sind sehr, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall top. Boah, ich hab so Bock. Ich mach jetzt noch einen kleinen Kreis, ja. Lass mal den Rest. Mach kurz einen Cut und dann sehen wir uns wieder. Boah, ich glaub, da haben nicht alle gezündet. Alter, sehr, 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 sehr reich. Hammer. Ja.